Wie schnell ist es passiert? Eben noch ganz und schwupps fällt es runter. Du siehst es noch falsch, aber du kannst nichts dagegen tun. Kaputt. Oder genervt, gestresst, die Energie muss raus. Ich nehme etwas und ich werfe es einfach so zu Boden. Mit einem großen Rums, Scherben. Oder es passiert einfach so. Kaputt. Nun hole ich den Besen raus, alles zusammenfegen, die Scherben einfach wegwerfen, entsorgen. Oder doch nicht. Was, wenn ich mich hinsetze und die Scherben wieder zusammenfüge. Annehmen, was passiert. Es ist nicht mehr die Schale, aber es ist eine Schale. Anders, ein Unikat, wertvoll, anders schön. So wie du und ich. An manchen Stellen gebrochen, an manchen Stellen wieder heil. So geworben und ich nehme mich so an. Es hat viel Zeit und viel Mühe gekostet. Aber das bin ich. So bin ich. Ein Unikat. Liebenswert, besonders, wertvoll. Vertrauen. Amen. The winner and the Wheel of Chattel. Amen. Amen. Am współprim.